So, während ich hier noch mein YouTube Video hochlade, putze ich mal kurz meine Brille. Ja, ich kann dadurch nichts mehr sehen. So, und damit Willkommen zu einem neuen Ampenskanal, natürlich in dem 2. Fürst, ein Video, was im vergangenen Jahr die Welt bewegt hat. Ihr kennt das alle, Weezo's Video, die Zerstörung der CDU. Ja, heute will ich nicht das Video analysieren, will ich nicht auf das Video reagieren. Nein, heute schauen wir uns mal die Kommentare darunter an, heute ein kleines Zwergfürst kommentiert, Kommentare oder so ähnlich. Zwergfürst kommentiert, Kommentare, ist bestimmt nicht geklaut. Ganz bestimmt nicht. Auf geht's, dann sortieren wir mal eine neueste zuerst. Ja, top Kommentare, da brauchen wir gar nicht nachzugucken. Es sind ja, das sind ja dann einigermaßen vernünftige Kommentare, danke. Das war ja sowas, wollen wir ja heute nicht sehen. Ja, heute gucken wir mal hier, was vor 9 Minuten geteilt wurde. Ich glaube, der grüne Ströbele wollte Inzest erloben, noch gar nicht so lange her, ekelhaft. Fokus.de-Politik. Er muss weg, grüne Politiker, Ströbele, wird Inzestparagrafen abschaffen, aid. Ja, gut. Zu manchen muss man einfach nichts sagen. Manche Kommentare sind ja hier schon ganz in Ordnung. Die sind ja schon ganz passabel. Ja, ich hatte ja einfach nur ein Link geschickt. Alternative für Deutschland, AfD, Frau Petri, Verfassungsschutz, Björn Höcke. So ein Link, den... Alles klar. Oh, hier heißt jemand. Greta Thunfisch mit Namen. Oh. Der Kommentar beginnt ja schon super. Ja, scheiße. Oh, Narzis. Wird die Wahrheit nicht aufhalten? Versteht ihr ihre scheißgrüne Faschistenschweine eigentlich überhaupt, wie Demokratie, Wissenschaft, Demokratische Parteien, Bürger, Meinung und Meinungsfreiheit sind? Habt ihr überhaupt noch eine Ahnung von irgendwas, du ununtergelichteten grünen Tricks, Nazischweine? Nein, 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 nein. Ja, dann weiß man schon, wie es weitergeht. Es ist... Ja... Ne, ich finde es wahrscheinlich nicht mehr wieder, das ist zu lange her, wurde ich auch schon mal als ein linker Faschist beleidigt. Linker Faschist, ja gut, hauptsache man hat keine anderen Probleme. Verdammt, und heute wurde Riesos Video schon wieder durchgekaut, im Deutschlandfunk, dem Home-Sender für den christlichen bewegten SPD-Wähler. Da saßen sie vereint, Mikro, ein paar Oberjournalisten von den aufgeklärten Langweiler- und Tages- und Wochen-Käse-Magazinen und waren sich alle einig, ja da haben wir ein bisschen die moderne Medienzunft verpennt, aber das ist ja nicht so schlimm, denn Journalismus, das ist ja nicht was der Riesos da früher gemacht hat, weil schließlich sind wir, die die bestimmten, bestimmen was Journalismus ist und überhaupt umgestiegen, also unseren Journalismus, das sind wir, das die dem deutschen Helplinks, bitte, Oberspießer, und das ist ja unterm Strich sowieso kein Journalismus, was da mit einem CDU-Zerstörer, wie der damals gemacht hat. Das war ja unterm Strich Donor-Bundismus und im richtigen Journalismus, da ist das ja so, da lässt man auch die andere Seite zu Wort kommen. Jawohl, das ist das nämlich, und wir haben uns sogar das ganze Video bis zum Ende angehört, aber nee, das ist ja nicht wirklich ernst zu nehmen. Nee, nee, bla 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 bla. Hatte da was zitiert aus der Sendung? Mir ist so schnell, so kurz üppel geworden, ich konnte mir das nicht mehr bis zum Schluss anhören. Wie üblich, kein Sterbenswürdchen, punkto Inhalt, kein Vot zu den gründlichen, recherchierten Blänen, kein Vot zu den verrichtigten Vorwürfen, zu den nachströbenden Missständen der deutschen Politik, nix, gar nix. Es wurde sich wieder zum x-ten Mal über formale Unbestlichkeiten und Tuesos-Pose aufgeregt. Ja, Politik in Deutschland. Ja, den Kommentar kann man auch mal vorlesen, das ist, ja, der sagt es irgendwie, wie es ist. Ja, Politik in Deutschland, rumgerede um den heißen Brei und nix. Also, es ist wirklich, wenn man mal, es, ja, kann ich ihm noch recht geben in dem Punkt. Gerade CDU-Politiker, hier haben wir hier den alten Zerstörer, hier den, an der Seite, den Amthor. Also, ja, da sagen sie, wir reagieren jetzt auf das Video und tun es irgendwie doch nicht. Nur um die Phase und um den heißen Brei herumgerede. Ja, wer kennt es nicht, ist nicht, ist nicht erst seit diesem Jahr so. Das war schon immer so. Gerade die, gerade die älteren Parteien, die älteren Politiker, die sich, die sich schon in der Politik ein Problem gemacht haben. Das sind, das sind, ohne Witz, das sind die, die Parteien und die Politiker, die, die seit 1900 schlache mich tot im Parlament sitzen. Das sind die, die noch nie irgendwie Angst haben mussten, dass die dort rausfliegen. Also, die haben sich dort, die können sich dort setzen, die können sich bequem machen, die brauchen sich nicht so rechtfertigen. Die werden sowieso gewählt, sie kriegen sowieso ihre 30%. Naja, man sieht es mittlerweile nicht mehr so sicher, aber, ja, können sie ja zurücklehnen. Die müssen sich ja nicht begründen, müssen keine, also müssen, müssen sie nicht verteidigen. Eine CDU, die seit, irgendwas mit zweistelliger Zahl, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, die CDU, die seit zig Jahren durchregiert und unangefochten herrscht, die braucht sich keine, braucht sich keinen Kopf zu machen. Kleinere Parteien, die müssen kämpfen, die müssen sich rechtfertigen, die müssen sagen, ja, das ist unsere Meinung und, ja, wenn wir es schlecht gemacht haben, dann müssen wir dafür gerade stehen, wir müssen die Eier in der Hose haben und sagen, ja gut, das ist, das haben wir. Das haben wir nicht ganz blöd gemacht. Die Großen, die brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Entwederer Grund, weshalb die Grünen von so vielen Jugendlichen gewählt werden, Grasdötchen werden verschenkt, unfassbar. Ist das, ist klar, den Kopf zu machen. Hmm, hmm, hmm. Ach, Greta Thunfisch hier schon wieder. Ach, der Kommentator, das ist der, der momentanische Schreiber, der hat doch echt einen an der Waffe. Die Zerstörung des Lügenmaus, Riesow, auf tapfere Mitschreiber. Wir schaffen diese Mieten, diese Mietnutze der Ökofaschisten. Die heutigen Kinderchen sind eben total links verblödet. Durch das Schulsystem. Dann wird mittlerweile zu 99% grüner geblieben als von weit. Oder sogar als Wissenschaft verkauft. Eine Frechheit von diesen Lehrern. Bei mir im Abi sind nur blödesten Lehrern geworden. Der hat Abi, Sekunde, der hat Abi, der hat Abi gemacht. Ja gut, das gibt doch dumme Faschisten. Das gibt doch intelligente Faschisten. Ja, das kann man ja so generell nicht sagen, dass an den Nazis doof sind. Sind sie ja nicht. Na, auf die sind doch viele Doktoren und Professoren. Das ist, also die sind, dumm sind es ja nicht. Das muss man ihnen ja lassen. Ja, ich darf nicht zu lange diese Kommentare lesen. Boah, dieser, dieser Typ hier, der hat ziemlich, der hat irgendwas, der hat irgendwas Falsches zum Frühstück gegessen. Der hat sich jetzt hier wirklich, der hat sich hier in den Kommentaren wirklich, vor einem Tag schon, der drückt sich hier aus. Und nochmal Mario 74. Er könnte es noch so oft löschen. Wählt die AfD. Äh, wählt nicht die AfD. Na gut, ich meine, wir haben eine Demokratie. Wir müssen damit leben, dass es Leute gibt, die die AfD wehen. Ich meine, ja, Demokratie heißt halt auch, dass Leute in die AfD wählen können. Ja. Könnt ihr AfD wählen, aber dann seid ihr halt scheiße. Ja. Ich freue mich schon über den Hate unter diesem Video. Eine Ewigkeit später. Haben wir mal die Kommentare unter dem Video von UESO. Dem Video. Dem Video von UESO. Haben wir die mal angeguckt. Zerstörung der CDU. Wieso? Ja, lol ey. Ja, ich habe es natürlich geliked. Ja. Gut, ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, zu viel Hasskommentare und zu viel negatives Zeugs. Ja, da mich noch ums, als würde es euch irgendwie gefallen haben. Es war eine komische Idee von mir. Ich wollte es mal in einem Adventskalender, in einem Adventskalender dachte ich, kann man das mal durch, kann man das mal durchsetzen, kann man mal, kann man vielleicht das mal machen. Kann man, kann man neue Formate ausprobieren. Ja, bewertet dieses Video, wie es euch gefallen hat. Hoch, runter, hoch, runter. Das ist, ja, die Bewertungsfunktion auf YouTube, muss ich euch nicht zeigen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Video, im nächsten Adventskalender natürlich im Morgen vom Kanal wieder. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann und ciao, ciao.